recht herzlich willkommen zur 136 folge vom kerbel space programm ja wir sind hier und schauen uns jetzt mal gerade an was da so ist also dieses solar panel ist in der sonne das war noch was der dralom hier geschrieben hätte dass ich da auf jeden fall noch darauf achten soll die sprengkraft der decoupler ist leider auf 100 prozent kann man auch nur am boden ändern also müssen wir das jetzt in kauf so nehmen und ja sonst die antennen soll ich auf jeden fall noch vorher ausfahren da ich sonst nachher das problem habe dass es vielleicht nicht mehr gehen könnte dann machen wir das mal auf beiden seiten trans mit data ok und hier ist das ist das nein hier sehe ich das jetzt gerade schlecht wo ist bitteschön da ist und die fahren wir dann auch aus gut das haben wir erledigt ja die solar panels soll ich dann doch nicht ausfahren weil die vielleicht definitiv beim abspringen kaputt gehen könnten das lassen wir also ja und sonst das timing halt beim sag schon manöver ansetzen halt muss man genau da haben wie das halt so ist so jetzt sind wir hier gucken mal gerade da rein und haben da hinten dann unser ziehen er hat immer das ist nun wir brauchen muss der spielt darum focus view ist hier das ist schon mal ganz gut so und dann würde ich jetzt sagen können wir den timbrook gehen oder ja ja ab hier machen wir das wo erstmal so läuft sondern so läuft gut so dann kommen wir hier vorbei wie man sieht wunderbar und jetzt hier dieses ende langsamer so dann haben wir gerade hier auf ja das ist voll electric charge passt also gerade noch ein tacken schneller dass wir an der passenden stelle sind und dann müssen wir hier gucken dass wir da eigentlich nur gegenbremsen und dann haben wir das schon jetzt ein bisschen zu krass dass wir da erstmal ein orbit hinkriegen der so ungefähr ist ja aber das ist ja im endeffekt dann hier irgendwo zu machen das ist jetzt halb so wild dafür brauchen wir das auch nicht weil wir ganz einfach nur pro grade sondern retrograde ausrichten müssen und einfach bremsen müssen und das ist hier an dieser stelle wo die periapsis von den muss ist dann überhaupt hier mal und ausgerichtet haben wir dann wird komplett so da machen wir gerade aus und da machen wir gerade an das haben wir schon alles okay so jetzt müssen wir mal escape machen dass wir wieder hinkommen und dann würde ich sagen geht es noch ein bisschen vor oder und immer kurz davor sind machen wir das brennen dass wir erstmal das an orbit haben so retro haben wir ausgerichtet und das heißt wir müssen jetzt nur z machen und dann gucken dass wir den orbit dahin kriegen so da schwenkt er ein und sollte erstmal so reichen oder das ist jetzt ein bisschen falsch aber das kriegen wir gleich hier irgendwo hin dass wir die ausrichtung ähnlich haben das ganze ist hier irgendwo zu machen halt manöver und ein bisschen so ja sieht doch schon mal gut aus oder so sieht das doch schon top aus oder so dann wollen wir hier unten mal hin da sind wir wieder weg naja kurz einmal reingucken dass wir sonne auf dem panel haben das haben wir auch alles gut also dann richten wir jetzt aus also dann müssen wir mal schnell umschalten damit das auch klappt na er möchte mich jetzt dagegen steuern dann wenn ich da eine so komm jetzt roste da mal ein sozusagen ja ich glaube jetzt passt es jetzt noch mal hier hinworpen und dann müssen wir da und dann müssen wir da gucken dass wir da gleich das anmachen so 15 minuten sind das noch bis zum time passend ist bis hier bis bis das sag schon manöver erreicht ist 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 und läuft so das ist ein ganz kurzer moment da brennen und nicht viel und dann passt das schon fertig sieht gut aus den weg so jetzt müssten wir einen von den satelliten hier raus lassen ich das richtig verstehe soll ja auch so rum fliegen ja jetzt kommt es drauf an da ist das ganze werk werden wir unten noch licht drauf das ist auch gut jetzt müssen wir nur gucken dass wir nicht zu sehr aus der bahn geschmissen werden und hoffen dass das dann so klappt so zack und jetzt sehen wir wie der satellit hier irgendwo abgesprengt ist oder nicht gute frage ne ich sehe ihn jetzt nicht mehr ist er das da war gewesen oder nicht schade ne ich glaube da ist jetzt in den weiten des a da ist er jetzt kriege ich den hier eingefangen oder sehe ich den jetzt hier irgendwo fliegen oder der minimus vor drei relay an dem krieg jetzt nicht da irgendwie keine ahnung gut dann würde ich mal sagen gehen wir gerade mal ins space center zurück weil da sehen wir noch jeden fall oder oder so jetzt weg verschollen kann man das hier auch alles ausmachen? das ist Debris ne? genau mona alpha landet und minimus ich wusste noch gar nicht dass da irgendwo schon gelandet bin hier haben wir noch einen rumfliegen schon lange nicht mehr gesehen oder gut ok ja wo ist denn jetzt der satellit hin? läuft er jetzt hier drunter? ist der das? ne das ist hier irgend so müll der hier rumfliegt ja schade ne? wie finde ich das denn jetzt? trekking station das ist jetzt hier wer? mon wo ist der denn jetzt? gelandet? habe ich da jemals was gelandet? ich kann mich nicht entsinnen aber wenn das so ist wo ist das Zeug hin? ja 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 also ich weiß jetzt nicht wo ich den finden sollte gehen wir da mal hin da habe ich wohl doch mal was gelandet ne? gut trekking station zurück gehen wir mal ganz nach unten da ist er doch da ist er doch wieso wurde der mir eben nicht angezeigt? keine ahnung egal das ist er auf jeden fall jetzt haben wir gerade die karte so jetzt sehen wir wo der rumfliegt hat sich dann doch ein bisschen hier abgesetzt ne? wie man sieht aber das ist jetzt nicht so wild aber das ist jetzt nicht so wild pro grade ist richtig oder? äh und fliegen können wir die kiste dann auch oder? gut jetzt müssen wir nur ein bisschen größer werden und das wäre einfach mal ein bisschen gas geben oder? nö 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 vom her das machen wir ne? jetzt ist nur nicht das triebwerk an ach das ding ist da jetzt noch dran sitzend sehr interessant äh neue stufen das machen wir mal nach da unten dann machen wir das mal an und dann geht das auch genau so aber das war schon ne oder? ein bisschen mehr triebwerksleistung gegeben und läuft sieht gut aus ne? so dann brauchen wir ja nur in dieser aufgabenliste mal gucken und das haben wir geschafft wunderbar einer ist erledigt jetzt könnte man noch gucken was man hier mitmachen kann log pressure data gibt es dann auch welche? die können wir hier nur senden ne? aber mitnehmen wäre ja das angesagte senden bringt's nix naja recover wäre jetzt die sache gewesen ne? gut okay das hatten wir kann der guna was machen? ja der kann doch was machen und das sollten wir dann vielleicht auch senden 100% weg und jetzt haben wir hier noch irgendwo das thermometer sitzen kann das noch was? das ist schon erledigt okay hätten wir mitnehmen müssen die daten aber das ist jetzt auch nicht mehr entscheidend so jetzt müssen wir gucken da unten ist minmos v3 kommen wir so nicht rüber bedeutet wir gehen jetzt ins zentrum oder? ja beziehungsweise eine tracking station und gucken zu dass wir da unser Fluggerät wieder auswählen und los geht's da rüber und dann haben wir hier nur noch 50% wie man sieht ne? was mich jetzt mit dem Sat.. ja ich will erst die Mission beenden ne? und wenn ich das habe dann probiere ich das mit dem abkuppeln des Satelliten da nochmal ne? so lass mal da reingucken wie weit ist das? okay das ist jetzt hier dann bald dann müssten wir hier erstmal irgendwo kleiner werden und dann die andere Richtung wechseln würde ich aber jetzt favorisieren das auf der Seite kleiner zu machen ne? das heißt da ein bisschen retro brennen und dann gucken dass wir hier die Apoopsis bis dahin kleiner kriegen so dann müssen wir jetzt mal gucken dass wir das hier hin machen so ich glaube das ist schon ganz gut so kommen wir da so vorbei und dann müssen wir dann da manöver setzen und 90 grad drehen ne? ja geht doch gar nicht so schnell wahrscheinlich ne? sieht irgendwie so aus als ob das ganz schwach wird das manöver kannst du schon mal kicken ich glaube das war nicht hat manöver so sind wir schon gar nicht verkehrt jetzt nochmal da macht so einen ganz guten Eindruck oder? so passt es dann da brauchen wir 107 das ist auch nicht so viel sollten wir auch hinkriegen gut aber ich denke mal das machen wir dann in der nächsten Folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss